Für einen karitativen Zweck wird das Bier- und Sturmfest der Volkshilfe Fösendorf-Hennersdorf veranstaltet. Bei idealem Wetter wurde der junge Sturm verkostet und ausgelassen getanzt. Die Melodie in meinem Herz am Morgen wieder spielt schon immer unser Lied. Es ist schön, dass es dich liebt. Sturmfest zugunsten der Volkshilfe. Ja, zum fünften Mal veranstalten wir dieses Fest von der Volkshilfe Regionalverein Fösendorf-Hennersdorf. Es wirken hier verschiedene Organisationen, Befreunde damit, der Pensionistenverband, der Bierclub, der Kärntner, der Kulturverein. Und gemeinsam versuchen wir eben, wenn das Fest erfolgreich ist, für soziale Zwecke Mittel zu lukrieren. Der Meinerkanister und sein Team haben da wirklich in den letzten Jahren die Volkshilfe in Fösendorf toll aufgebaut als Serviceeinrichtung für die ältere Generation. Da gehört es dazu, dass man ein bisschen feiert und beim Feiern kommen auch finanzielle Mittel herein, die dann wieder für soziale Projekte in Fösendorf verwendet werden. Es ist nicht einfach als Volkshilfe immer über alle Mittel zu verfügen, sodass Veranstaltungen gut tun, die ein klein wenig eine Spende bringen. Das ist vollkommen richtig. Wir leben an und für sich von Spenden. Die Gemeinden sparen auch überall. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir von der Gemeinde noch keine Subventionen bekommen müssen. Wir schauen, dass wir selbst diese Gelder auftreiben, eben durch verschiedene Veranstaltungen, so wie heute das Bier und Sturmfest, durch Flohmärkte und verschiedene andere Dinge. Fösendorf, wie es überhaupt eine Vorbildgemeinde, das soziale Angebot für die Bevölkerung betrifft. Es will keiner alt werden, aber irgendwann einmal kommt der Moment, wo es vom Essen aufrädern, Haushaltshilfe, gesundheitliche Betreuung vor Ort notwendig ist. Das macht die Volkshilfe perfekt. Es ist schön, dass er dich gibt, Amore Mio. Amore Mio!